Wie man in BigBlueButton eine Umfrage durchführt In der Rolle Präsentator habe ich jederzeit die Möglichkeit, eine Umfrage zu starten. Hierfür wähle ich in einem laufenden BBW-Meeting unter Aktionen, Umfrage starten und komme dann in eine Ansicht mit verschiedenen Antwortoptionen, die ich nutzen kann, um die Umfrage zu konfigurieren. Die Frage, die ich stellen möchte, kann ich optional in die Umfragemaske eingeben, hier in diesem Kästchen, oder ich habe sie, wie in dem Beispiel hier, bereits auf einer Folie vorbereitet. Natürlich kann ich die Frage auch mündlich stellen. Im zweiten Schritt klicke ich auf die Antworttypen, die ich den TeilnehmerInnen anbieten möchte. Ich könnte die vorgegebenen Antworttypen auch noch modifizieren, in diesem Beispiel brauche ich das nicht, da schon passende Antwortoptionen vorformuliert sind. Sobald ich meine Antworttypen bestimmt habe, kann ich die Umfrage starten. Den TeilnehmerInnen wird dann die Umfrage angezeigt und sie haben die Möglichkeit, ihre Antwort zu wählen. Umfragen sind standardmäßig nicht anonym, worauf die TeilnehmerInnen an dieser Stelle auch hingewiesen werden. Als Erstellerin der Umfrage sehe ich bei Standardumfragen, welche TeilnehmerInnen bereits geantwortet haben und von wem noch Antworten fehlen. Sind alle Antworten eingegangen, kann ich den Button Umfrage veröffentlichen auswählen. Die Ergebnisse der Umfrage erscheinen dann unten rechts für alle auf der Präsentation, falls eine Präsentation eingeblendet ist. Außerdem erscheinen sie im öffentlichen Chat. Damit ist es auch möglich, Umfragen zu stellen, wenn keine Präsentation hochgeladen ist, sondern zum Beispiel der Bildschirm geteilt wird. Ich kann die Antwortoptionen auch konfigurieren, wie in diesem Beispiel. Dabei gebe ich einfach die von mir gewünschten Antwortmöglichkeiten ein, indem ich die Felder einfach anklicke und beschrifte. In diesem Beispiel stelle ich die Umfrage auf anonym, indem ich den Schalter umlege und die Umfrage normal starte. Bei anonym Umfragen erhalten die TeilnehmerInnen einen entsprechenden Hinweis. In der Rolle Präsentator sehe ich auch hier, wie viele Personen bereits teilgenommen haben, sehe aber die Namen nicht. Mit dem Menüpunkt Teilnehmerantwort ermögliche ich Freitextantworten. Nur für Freitextantworten ist das Stellen einer Frage obligatorisch. Ich muss also hier dieses Kästchen einmal ausfüllen. Schließlich gibt es noch die Möglichkeit, schnell Umfragen durchzuführen. Hierfür müssen auf den hochgeladenen Folien bereits bestimmte Labels vorbereitet sein, wie Ja-Nein, ABC, jeweils mit einem Punkt versehen oder Richtig-Falsch. Dann genügt es, wenn ich auf den Schnellumfrage-Button klicke und die Umfrage wird sofort gestartet. Ich muss dann nur noch die Ergebnisse veröffentlichen. Und dann bin ich auf den Schnellumfrage-Button klicke. Dann bin ich auf den Schnellumfrage-Button klicke. Und dann bin ich auf den Schnellumfrage-Technik. Vielen Dank.